Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Life is Strange 2. Wir müssen uns in Shonks Zimmer noch ein wenig umschauen. Also wir müssen nicht, aber naja, gehört ja dazu. Okay. Kass mich nur... Aha. Aber finde ich cool, dass er es macht. Gerade so bei jüngeren Leuten, wenn die nebenbei sich noch Geld verdienen. Neben der Schule. Ist schon cool. Oh Gott. Und was ist das? Das ist weniger cool. Äh, nicht mehr in der Unterstufe. Hausparty zum Schulende. Freitag, 12. Juni 2016. Mhm. Na dann. Ich kann ihm ehrlich gesagt nicht viel. Nicht viel abgewinnen. Dein Foto gepostet. Leiner Park. Alter, die lahmste Chronik aller Zeiten. Poster in Selfie oder so. Okay. Don't be a stalker, Sean. Jan Murphy hat ein Foto gepostet. Lass dich nicht von ihnen zähmen. Hm. Whatever. Das war's. Das war's. Nee, das garantiert nicht. Es ist auf jeden Fall vernünftiger. Real Game Master, was? Relation? Keine Ahnung. Eignet sich auch gut als Deko. Ja, so ist das nur, wenn man Sport macht. Ja, ich will da ran. Hinsetzen und zeichnen. Das können wir gleich machen. Cool. Das ist aber cool. Natürlich. Das ist von deinem Bruder. Ja, obwohl das ja heutzutage echt schon gesellschaftsfähig ist. Aber er ist wahrscheinlich einfach auch noch zu jung. Ja. 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 Den Decke habe ich da jetzt nicht gefunden. Hier haben wir auch keine, ne? Aber das Zimmer? Okay. Alter, geh runter. Gut, ist das dunkel hier. Ja, ich will die mitnehmen. Ich vergesse immer so runter zu scrollen. Damit er die Sachen auch nimmt. Mhm. Ist Papa hier? Das, du Choco-Thief? Ja. 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 Keine Angst, kid. Du machst mich nervös. Hey. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure. Can do. Um, there's no wrench here. Ah, shoot. Must be somewhere else then. Take a look around. I know I left it nearby. It's a 16 millimeter reversible flex wrench. Jeez. That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Hold on. Ich weiß es nicht. Da, Daddy. Ist das richtig? Guck mal. Was? Was? Einen flexibleren Kopf? Aber... Wie? Das hier? Ach, da liegt ja auch noch einer. Entschuldigung. Ich habe mich voll unterbrochen. Ach, komm. Mit einem schwarzen was? Ich habe es nicht gecheckt. Und was ist mit meinem Englisch? Ist hier doch schon kaum, ey. Ich muss jetzt erstmal alle Werkzeuge hier ausprobieren. Bis ich das Richtige finde. Ich tue dich doch schon. Was? Wrong size. Ich brauche ein 16 millimeter. Was? Was? Hey, forget it. I'll do it with this one right here. It'll probably work. Ah, shit. All right, never mind. Enough of this. I'm done. Hey, quick tip, my son. Go Google wrenches and see what you can learn. Yeah, um, sure. I know it's not your thing. Der Arm ist schon. But you gotta learn to trade. Art, Athletics, Engineering. I don't care. As long as you put your heart into it. Ja, das ist auch richtig so. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me. Took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then... Ugh, I've heard this one before. Hmm. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Äh, das musst du nicht. Es ist abgefahren. Mmh. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, um... By the way... Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Ja, bitte. Ah, 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 shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Okay, ähm, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, was er dafür kaufen wollte. Ich geh nicht davon aus, dass es das ist. Also eins ist klar, wenn ich so antworte, wird er mir nichts geben. Würde ich auch nicht tun. Oder ich weiß es nicht. Aber ich will ihn auch nicht anlügen. Ich meine, er ist 16 Jahre alt, na, aber trotzdem. Tja. Ah! Ähm, ich meine... Ja, wahrscheinlich. Aber wir werden partierenden in einer Haus und niemanden fahren nach Hause. Ich versuche. Also, alle müssen nach Hause nach Hause. Aber ja, du und Lila besser nicht in eine Auto mit jemanden, die nicht gehen kann. Holy shit, 40 bucks? Really? Ja. Ähm, hast du viel gefeiert, mach dir um uns keine Sorgen. Ja, das wird er automatisch tun. Ja. 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 Da neighbor nicht, coy! Es sagt, pose dumm. Ja. Ja doch Was ist das so cool? Ja, man gewöhnt sich dran. Ich würde ganz gerne mal wissen, was mit der Mutter passiert ist. Oh, aua. Naja, war nicht so, aber trotzdem. Aua. Okay, hier ist nichts weiter, dann, ja. Was war, wir sollten auf Daniel aufpassen oder irgendwie so, ne? Dad used to go see them all the time. Can all people be cool? Aber natürlich können sie das. Okay. Ah, Schupacabaras, was? Aus dem Weltall. Aha. Das sieht mir eher aus wie so ne Art Wolf. Kann ich hier durch? Nein. Ich glaube, ich soll auch eher nach oben. Hm. Ja, sehr gut. Nicht Schalter, nö, das lassen wir an. Er ist ja noch da unten. Sollen wir jetzt dann mit Daniel auf den Keks geben? Äh. Warte mal. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Zahnbürste. Ja, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Üben? Was denn üben? Oh nein. Oh nein. Hey, Jen. What's up? Ugh. Try again, loser. Hey. You look totally hot. Oh my god. Stop. Ugh. Hey, you wanna share my blanket? What? Hey, Jen. Do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember. Don't be too thirsty. Aha. Ja, okay. Ist das normal? Macht man das so? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht getan. Dude, come on, open up. Why? Because. Okay, okay. Hey. Na dann. Krankenübergerufen? Was? Oh man. Damn. Sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. All I can say is, watch out for my costume in three days. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will Lila be there? Yes. 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 And no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she's asked about me? Oh. Sie betrügt dich. Wie gemein. Oh. Das ist auch gemein. Weiß ich nicht. Ich will das nicht antworten. Ich will beides nicht antworten. Was ist denn schlimmer? Naja, schlimmer wäre das, wenn man dann zusammen wäre. Und wenn's ernst gemeint wäre. I'm sorry, dude. She's cheating on you. Shut up! And... I don't even care if I can't go. Because... Because... I have secret stuff to do. Alone. Of course you do. Daniel's always up to something. Wonder what's next. Und das weiß ich nicht. Und was jetzt? Packen. Ja. Ich hab irgendwie immer den Drang zu rennen. Warum auch immer. Oh, Loverboy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... Hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Ooh la la. Ah. Sie ist super cool. Ja und? I was just... Come on, man. Just the... Just bugging the shit out of me again after I told you to make it. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Äh, du hast recht, tut mir leid. Er ist nicht immer süß. He's not always cute. You would sound like me too if you lived with him. Anyway. You wouldn't be so uptight if you got laid. And maybe... Tonight's the night? Don't jinx me. Jinx? Your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and... Hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Let me see that drawing. This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Ooh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it up. It might... Get your attention. Yes, Sean. That's totally fucking obnoxious. Not taking a look at her picture. Whoa. Her hair. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture gotta do with me? Huh. You will see. What do you mean to? Stop! Äh. Kein Kommentar. Lol. It's the Halloween. Äh. Ja, weiß ich nicht. Ich halt mich, glaub ich, erst mal zurück. No reaction. No like. No nothing. Hey, uh... I don't appear like a stalker or something. Tch. Okay. Okay. Touché. Um... Why is Derek Anderson all over Jen's profile? He's an asshole. Better be nice. They're like best friends. Stalker. Really? Oh. Leave me alone! I'll come to my dad! Hold on, okay? Something's going on outside. N-What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween! Hey! Don't ever touch my brother! You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake bloodshed all over my shirt! Look! I told you, it was an accident! You better leave us alone! Oh, yeah! Go hide in your dad's garage! Pussies! You think you own the block? Was, bitte? Brett konfrontieren. Daniel... Beschuldigen? Äh... Wähle mit... Nee. What? What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again! Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole! I don't need him to protect me from you! Oh! You wanna go? Oh, yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Whoa! Oh! Sean, you hit him! Get inside, now! Sean! You're dead meat, bitch! You and your... Whole fucking family are going to jail! Losers! What's going on? Fuck me! Daniel! Get over here! Sean! Did he hurt? Okay! Okay, step away! Now! Calm down, officer! Shut up! And step back! On the ground! Now! Hey, wait! This guy was... He started it! ...beating up my little brother! On the ground! Now! Hands! Behind! Your heads! This is fucking bullshit! Okay. Oh, no. Sean! What's happening? Get on the ground, sir! Dad! We didn't do anything! Sean, be quiet! I swear! Shut up! I'm sorry, Dad! Daddy! We wanna go home! Don't move! I'm sure they didn't do anything! I said don't move! We didn't do anything! It's gonna be alright! On the ground! Warum? Warum? Why? No! For the phone, we're okay! No! We're okay! No! 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 Oh, fuck. No way. No. Daniel. Hey. Come on. Daniel, come on. We gotta go. Now. Daniel, come on. 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 Vielen Dank.